Hallo ihr Lieben. Heute spielen wir ein Spiel auf einem Bauernhof. Wir müssen Dinge pflanzen und Dinge ernten und dann diese Dinge verkaufen und andere Dinge produzieren und nach und nach den Bauernhof aufbauen. Also, das ist unser Bauernhof. Das ist unser Bauernhof und wir haben hier das Bauernhaus. Dann haben wir unsere Bäckerei hier und hier können wir Brot backen, Kartoffelbrot backen, Zwiebelbrot backen. Dann ist das unser Werkzeugschuppen. Unser Werkzeugschuppen mit Werkzeugen, Bretter, Schrauben, Nägel. Das ist unser Speicher. Genau. Das ist unser Speicher. Da kommt alles rein, was wir besitzen. Also, wenn wir hier unsere Karotten, Zwiebeln und unser Getreide ernten, ernten wir das mal, dann kommt das in den Speicher. Tada! Und das ist unser Stall. Ja! Ja, wollen wir ein paar Tiere kaufen? Ja, wollen wir. Okay. Pferde. Oh nein, Ponys. Ein Pony kostet 350, was auch immer die Währung ist, 350 Geld. Nein, so sagt man das nicht. Also, yay, wir haben ein Pony. Okay. Und können wir noch einen Pony kaufen? Nein. Oh, der Stall ist zu klein. Okay. Also, der Stall hat nur Platz für ein Pony. Okay, schön. Macht nichts. Und was kann das Pony machen? Was ist das? Oh. Ah, das Futter. Also, das Essen, das Futter für das Pony. Und dazu... Oh, Gesundheit. Und dazu brauchen wir Kartoffeln und Karotten. Ja, Kartoffeln und Karotten, um das Futter zu produzieren. Oder, ja, das ist das Futter für das Pony. Okay. Also, das Pony ist im Moment nicht hungrig. Es hat noch keinen Hunger. Alles klar. Und was ist das? Ah, hier können wir den Stall größer machen, aber ich habe nicht genug Geld. Und mir fehlen auch zehn Hammer. Schade. Schade Marmelade. Okay. Hier sind unsere Lieferungen. Also hier, wir müssen 24 Karotten verkaufen oder an jemanden liefern. Zehn Zwiebeln und acht Karottensäfte. Aber ich habe schon sieben Brote. Das heißt, ich kann jetzt die sieben Brote an den Kunden liefern. Tschüss. Tschüss. Okay. Was ist das? Ein Nagel. Noch ein Nagel. Wunderbar. Eine Schraube. Noch eine Schraube. Und hier sind die Fässer. Die geben mir auch etwas. Ah, also auch nochmal Werkzeug. So, das Brot ist fertig und wir können, okay, vielleicht müssen wir erst noch mehr Getreide pflanzen. Ja, machen wir das doch mal. Ja, also pflanzen wir. Oh, aber wir haben nur einen. Okay, dann noch Karotten. Ach, warte, Zwiebeln muss ich pflanzen. Ja, weil die hier. Das sind meine Aufgaben. Ja, also das sind meine Aufgaben. Aufgabe 1, 2 und 3 habe ich schon geschafft. Aufgabe 4, ah, habe ich jetzt auch geschafft. Ich habe 8 Zwiebeln gepflanzt und dann auch geerntet. Gott im Himmel bist du laut. Also unser Auto ist zurückgekommen und hat die Ware geliefert und dafür haben wir jetzt Geld bekommen. Ja, okay. Super. Wo war ich? Ach so, die Aufgaben. Also das habe ich geschafft. Genau. Und dann bekomme ich Belohnungen. Hier habe ich einen Diamanten bekommen. Please don't cry. Bitte weine nicht. Wegen den Zwiebeln. Okay. Also ich bekomme jetzt eine Belohnung. Diese 40 Sterne. Okay, nächste Aufgabe. Ich muss noch ein Feld bauen. Ich muss 10 Mal Kartoffeln pflanzen und ernten. 10 Karotten pflanzen und ernten. Und 10 Mal das Getreide. Okay. Uh, ganz schön viel. Okay. Ernten wir das erst mal. Und hier, das sind Gäste. Diese Leute hier, das sind Gäste auf meinem Bauernhof und die haben auch Aufgaben für mich. Ich besuche Freunde. Okay. Tschüss. Okay. Was hat die für eine Aufgabe? Produziere diese Produkte. Zwiebelbrote. Äh, Zwiebelbrot. Sechs Mal. Okay. Also ich muss Zwiebelbrote machen, aber dafür brauche ich Getreide und Zwiebeln. Also muss ich Getreide und Zwiebeln pflanzen. Okay. Ah, und hier auch. Also Getreide haben wir noch eins und Zwiebeln. Okay. Was machen die eigentlich da? Oh, die wollen Pony reiten. Okay. Okay. Ja, ich habe nur das Pony. Und fangen wir an. Tschüss, viel Spaß. Okay. Also dieser Gast, ach so, die will sechs Zwiebelbrote. Und die scheint sehr, ja, nicht so happy zu sein. Die scheint nicht so glücklich zu sein, dass sie ihre Zwiebelbrote noch nicht hat. Oh, sie stampft. Sie stampft und sie springt. Okay. Also ja, ich bin ja dabei. Ich mache ja schon. Gute Frau. So, da nochmal. Wir können das Getreide ernten. So. Und neues Getreide pflanzen. Super. Okay. Oh, guck mal, da kommen die Sonnenstrahlen durch. Wie schön. Es ist besseres Wetter als in England. Okay. Was willst du? Ähm, Dekorationen. Okay. Oh, und ich darf mir auch aussuchen, welche Dekorationen. Vielen Dank. Herr. Keine Ahnung. Herr Schmidt. Okay, Dekorationen. Hier sind die Tiere. Hier sind... Ah, ein Feld muss ich ja auch noch bauen. Aber ich habe nicht genug Geld. Das Feld kostet 1000. Was auch immer. Ich habe aber nur 724. Äh. Okay. Ähm. Das sind die Dekorationen. Okay. Gänseblümchen. Dafür brauche ich 3 Diamanten. Ich habe 19 Diamanten. Na gut. Genau. Okay. Uh, jetzt können wir die Dase... Äh, die Gänseblümchen irgendwo hinsetzen. Hallo. Oh. Nein. Die Gänseblümchen. Okay. Ich kann die Gänseblümchen nicht bewegen. Dann bleiben die halt jetzt einfach da. So. Okay. Danke. Ein paar Schrauben. Und hier können wir nochmal ernten. Wir haben die Zwiebeln und das Getreide geerntet. Jetzt pflanzen wir nochmal das Getreide. Und du bist jetzt zufrieden. Okay. Juhu. Juhu. Ja, bitteschön. Ähm. Okay. Okay. Wann kommt das Pony zurück? In 30 Sekunden. Okay. Und können wir schon irgendwas liefern? Nein. 17 Brote und Karottensaft. Okay. Also für den Karottensaft... Ähm. Sammeln wir das erstmal ein? Oh. Oh. Wir sind auf dem nächsten Level. Yay. Okay. Okay. Also für den Karottensaft brauche ich... Das. Und das ist eine Saftpresse. 450. Und da können wir Karottensaft und Birnensaft und Apfelsaft und Traubensaft und Zitronensaft, Orangensaft und ein Mix und ein Kirschsaft und so weiter machen. Super. Wo setzen wir den hin? Hier in die Ecke? Ja. Setzen wir den in die Ecke. Super. Okay. Getreide ernten, Zwiebeln ernten. Und wie viel brauchen wir denn dafür noch? Immer noch so viel. Okay. Also noch mehr Zwiebeln und Getreide. Ja. Zum nächsten Feld. Ups. Okay. Super. Wo ist denn jetzt das Pony? Ah, okay. Also. Und jetzt schicken wir das nächste Mädchen auf. Oh, kann ich nicht. Oh, auch so. Klar. Jetzt muss ich das Pony erstmal füttern. Ah, ja, okay. Huch, was ist denn das für ein Geräusch? Ist das der Fluss? Ja. Dreimal Karotten will dieses Mädchen haben. Ähm, aber ich muss doch erstmal so viel Zwiebeln und Getreide pflanzen für das Brot, für das Zwiebelbrot. Oh, das Getreide ist fertig. So. Okay. Meine Bäckerei kann ich nicht erweitern, weil ich nicht genug Materialien habe und auch nicht genug Geld. Also gut, immer nur zwei Brote, dann dauert das ein bisschen länger, gute Dame. Tut mir leid, nicht du. Die andere, die hier. Ja. Okay. Musst du halt ein bisschen warten. Also Karotten pflanzen wir für das Mädchen. Und ich habe immer noch nicht genug Geld, um das Feld zu bauen. Hat das Pony jetzt fertig gegessen? Kann es jetzt wieder reiten gehen? Ja, okay. Tschüss. Viel Spaß. Oh, ich kann jetzt auch eine Küche bauen, weil wir jetzt auf dem nächsten Level sind. Aber bauen wir eine Küche oder sparen wir Geld für das dritte Feld? Das ist hier die Frage. Die Hühner kann ich erst ab Level 11 kaufen. Ein normales Pony, okay. Das ist ein altes Pony. Muss das Pony deswegen nach jedem Ausritt etwas essen? Aber ich bin mir sicher, auch das normale Pony muss nach jedem Ausritt was essen. Dann gibt es später noch Schafe auf Level 18 und Gänse. Kühe. Oh, und noch mehr Ponys und Hasen. Oh, es gibt Hasen. Aber erst auf Level 41. Achso, vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen Geld machen. Und wieder liefern. Aber wir haben nicht genug zum Liefern. Also, mehr Karotten. Wie viele Karotten brauchen wir? 24. Jetzt brauchen wir noch vier. Okay. Also, wenn wir diese Karotten ernten, dann können wir wieder eine Lieferung machen an den nächsten Kunden. Genau. Und die ist jetzt auch glücklich, weil ich dreimal Karotten gepflanzt und geerntet habe. Bitteschön. Und da kommt auch schon der nächste Gast wieder. Und was brauchen wir noch? Brot. Oh, das können wir jetzt liefern gehen. Guck mal. Wir können die Zwiebeln liefern. Tschüss. Aber wir brauchen trotzdem noch Zwiebeln für das Zwiebelbrot. Also pflanzen wir noch ein bisschen mehr. Da unsere Schrauben und Nägel. Und was willst du jetzt? Du willst, dass ich sechs Lieferungen tätige. Okay. Also eine Lieferung haben wir ja schon abgeschickt. Super. Jetzt fehlen noch fünf. Achso. Dann machen wir mal Karottensaft. Achso. Ich kann nur einen machen. Nicht zwei gleichzeitig. Okay. Und ist die Bäckerei fertig? Ist das Brot? Nein. Nein. Das Brot braucht noch vier Minuten dreißig. Gott. Okay. Unser Fahrer ist wieder zurückgekommen. Und der hat das Geld mitgebracht. Wuhu. Und jetzt können wir auch die Karotten liefern. Tschüss. Was brauchen wir noch? Uh. Was ist das denn? Frippet. Oh. Ich brauche eine Küche dafür. Okay. Unser Fahrer ist zurückgekommen mit Geld. Und das Pony ist auch zurückgekommen. Und dafür werden wir jetzt auch bezahlt. Yay. Und das Pony muss jetzt wieder essen. Guten Appetit. Und das Mädchen hier muss noch ein bisschen warten. Ich glaube, ich muss erst mal noch ein bisschen weiterspielen. Damit wir Geld bekommen. Und ich dann mehr Sachen kaufen kann. Wir brauchen nämlich das Feld. Und wir brauchen die Küche. Insgesamt 1500 Münzen, die wir dafür brauchen. Also, jetzt haben wir genügend Geld, um noch ein drittes Feld zu bauen. Gut. Und das Feld soll hinter die anderen Felder. Und dazu müssen wir die Bäckerei verschieben. Und die Fässer. Gut. Verschieben wir erst die Bäckerei. So. Und wir kaufen endlich unser drittes Feld. Ja, super. Ja, super. Und das kommt hier hinter. So, jetzt. Fertig. Wunderbar. Okay, also wir für unsere nächste Lieferung müssen wir Kartoffeln pflanzen. Pflanzen. So. Wie viele? Wir haben 21 und wir brauchen 27. Also pflanzen wir noch ein paar Kartoffeln. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Dann brauchen wir Karotten für den Karottensaft. Und für das Pferdefutter. So. Das heißt, diese Dame ist jetzt glücklich, weil wir endlich diese Aufgabe erledigt haben. Und jetzt bekommen wir eine Belohnung. Ganz viele Materialien, ganz viele Werkzeuge. Okay, aber die Dame, die gute Dame hat uns auch schon wieder neue Aufgaben gegeben. Und das ist die Küche. Wir müssen die Küche bauen. Also, jetzt haben wir endlich genug Geld, um die Küche zu kaufen. Aber dafür brauchen wir auch ein bisschen mehr Platz. Und dafür verschieben wir einfach mal den Speicher nach hier. Und wir drehen ihn. So. Ja. Fertig. Und jetzt kaufen wir unsere Küche. Okay, wunderbar. Die drehen wir auch noch. So. Fertig. Okay. Und in der Küche wollen wir... Was sind das? Kartoffelchips? Nee. Bratkartoffeln. Genau. Bratkartoffeln. Für unsere Aufgabe hier müssen wir sechsmal Bratkartoffeln machen. Sechsmal. Genau. Wir können aber immer nur einen machen, weil unsere Küche noch nicht groß genug ist. Wir könnten sie erweitern, aber dafür habe ich nicht genug Geld. Okay, das Brot ist fertig. Der Karottensaft ist fertig. Wir machen noch mehr Karottensaft für unsere Lieferung. Es gibt auch einen Kunden, der möchte Kartoffelbrot haben. Deswegen bin ich jetzt schon fleißig am Backen. Hier gibt es einen Kunden, der möchte fünf Kartoffelbrote haben. Okay. Dann ernten wir noch schnell. Wir brauchen natürlich... Oh, neues Level. Yay. Ganz viele neue Sachen. Ein Iglo. Okay. Ein Iglo. Ein Vogelhaus. Ein Kirschbaum. Ich kann jetzt Birnensaft machen und ich kann einen Apfelbaum pflanzen. So. Genau. Wir brauchen Kartoffeln für das Kartoffelbrot. Karotten. Und Getreide brauchen wir auch für das Brot. Super. Und da können wir schon wieder ernten. Und dann pflanzen wir noch mehr Kartoffeln. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen mehr Geld, weil wir auf dem neuen Level sind. Und mit jedem neuen Level gibt es eine neue Aufgabe. Hier müssen wir zwei Äpfelbäume pflanzen und dann Äpfel ernten. Zwölf Mal. Und dieser Gast möchte, dass ich meinen Bauernhof erweitere. Aber das kostet auch Geld. Hier. Ja, ich könnte meinen Bauernhof jetzt erweitern. Ja. Aber dann haben wir kein Geld mehr für einen Apfelbaum. 250. Naja. Aber wir können uns einen Heuballen leisten, weil wir genug Diamanten haben. Aber wir können uns nicht den Picknick-Tisch leisten oder die Wäscheleine. Ach, die Wäscheleine. Das sind 1620 Münzen. Gut. Kann ich mir auch nicht leisten. Dann leisten wir uns jetzt einfach mal einen Heuballen. Ja, keine Ahnung. Hier hin. So. Die Bratkartoffeln sind einmal fertig. Oh. Oh, und dafür brauche ich Zwiebeln. Oh. Okay. Ihr könnt mal wieder auf einen Ausritt gehen. Mit dem Pony. Ah, Geld. Okay. Wir können noch nichts Neues liefern. Schade. Marmelade. Okay. Was brauchen wir? Wir brauchen Zwiebeln. Oh. Aber ich kann nur eine pflanzen. Nur einmal. Gut. Jetzt hat es angefangen zu regnen und wir erweitern jetzt einfach unsere Farm, unseren Bauernhof. So. Erweitert. Wuhu. Wir haben mehr Platz. Oh. Und da ist irgendein Gestrüpp. Entferne das Hindernis. Ja. Ach, das kostet auch Geld. Ah. Okay. Jetzt haben wir nur noch 88 Münzen. Und du freust dich, dass ich den Bauernhof erweitert habe. Na, wenigstens eine. Ja, also jetzt ist auch noch mein Speicher voll. Und den kann ich auch nicht erweitern, weil ich kein Geld habe. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, dieses Video zu beenden. Wir haben kein Geld mehr. Wir sind pleite. Dann hören wir damit auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked das Video. Alles klar. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.